servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit dem erfolg wissen ist macht beim wächter der ersten für den ruhm des herrschenden schlachtzyklers aus dem sanktum der herrschaft was ihr dafür tun müsst ist relativ simpel hinter dem boss dem wächter der ersten steht dieser dicke trashmob den habt ihr bestimmt auch schon gesehen wasserin der sucher was ihr mit dem erstmal tun müsst ist letzten endes tankt ihn ein bisschen außerhalb des raids einfach nur das stellt sich ja dass er nicht stirbt die erste minute oder so des fights der kommt nämlich dann ins spiel wenn ihr den boss das erste mal in einer dieser wir sagen jetzt mal batterien rein zieht um seine zwischenphase auszulösen bzw zu beenden wenn er null energie erreicht hat dann müsst ihr nämlich den mob mit in diese batterie rein ziehen und dann kurz danach um klatschen der erfolg ist also eigentlich ziemlich ziemlich simpel ab und zu castet der mob mal irgendwas das könnt ihr kicken in der regel reicht es glaube ich auch vom tank aus so und jetzt beginnt das läuterungs protokoll theoretisch können ja auch schon beim ersten mal rein sind es ist komplett lax macht's auf normal da ist das ganze noch einfacher aber wir lassen es jetzt zwei mal durchgehen jetzt beim dritten mal ziehen wir den boss mit rein zack und jetzt seht ihr dass der mob erleuchtet ist er hat wieder full hp und in dem moment könnt ihr ihn auch umklatschen so mehr müsst ihr nicht tun achtet einfach darauf dass jetzt keiner stirbt spielt die mechanics ordentlich danach wieder rausgehen der mob ist immer noch erleuchtet und zack jetzt seht ihr durch das addon knowledge is power wissen es macht wir haben den erforderlichen part für diesen erfolg erledigt und danach können wir einfach den boss umklatschen deswegen speed ich das ganze jetzt wieder ein bisschen ab da einfach wirklich nichts also es ändert sich jetzt nichts mehr ihr habt euren part erfüllt ihr killt jetzt einfach nur noch den boss und dabei ist es auch wie vorher egal wenn jemand stirbt macht nix er kriegt den erfolg trotzdem wir haben jetzt in dem fall gewartet bis 35 prozent mit kampfrausch ziehen weil unsere execute klassen unbedingt da richtig drauf reinholzen wollten ich glaube aber es wäre allgemein schneller gegangen ist wahrscheinlich hätte man gleich kampfrausch gezogen oder die cooler uns am anfang ein bisschen aufgehoben bis man den mob umgepölt hat dann kampfrausch alle cds pod und weg das ding aber da geht es dann einfach nur noch darum um ein bisschen zeit einzusparen und den fight eine minuten nein nicht eine minute vielleicht eine halbe sekunde halbe minute kürzer zu machen soll jetzt seht ihr kampfrausch ist an wir knallen den boss weg der schmilzt auch jetzt ziemlich und danach gehört der erfolg uns bleibt hier nach noch drei erfolge die auch allesamt nicht sonderlich schwierig sind also auf jeden fall dranbleiben ihr seid kurz vorm begehrten mount würde mich freuen wenn ihr auch bei den nächsten videos wieder mit einschaltet wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da aktiviert die glocke und damit sind wir am ende angelangt ich bedanke mich fürs zusehen bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten video abonnt 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 bis zum nächsten video abonnt